Ein starker und sicherer Knoten ist der 321 Knoten. Er eignet sich hervorragend zum Verbinden unterschiedlicher Leinen. Hier in dem Fall haben wir natürlich gleiche Leinen, aber kann auch für unterschiedliche Stärken gut genutzt werden. Sehr sicher und haltbar. der 321 Knoten. In die rechte Leine legen wir eine Bucht und stecken die linke Leine unter die Bucht, dass beide Enten parallel liegen, also gleich lang sind. Jetzt nehmen wir beide Arbeitsenden und törnen sie um diese Part von oben und jetzt werden beide Arbeitsenden hier hindurch gesteckt und aus dem Knoten geführt. Hier durchstecken, zu ziehen und wir haben einen exzellenten Verbindungsknoten, den 321 Knoten.